oriental boys hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen let's play ja heute eine kleine pierce mit den neuen Hunden und den neuen Bohnen ich hab den auch ebenfalls wie Johannes ja da war ich denke ähm ja wenn ich und Johannes das S4 vorhaben und dann melden wir uns wieder und ja es gibt noch eine neue Sache wenn ihr auch zufällig Abonnent von Stefan, der Jagdfreund sein dann werdet ihr meine Videobeschreibung da jetzt auch holst wahrscheinlich auch sehen weil er für drei Monate er keine Videobeschreibung aufnehmen kann wegen seinem, ähm, wer Abi, ähm, Abi und sowas schreibt deswegen, wenn er meine Videobeschreibung kommt, er hätte mich, oder ich hatte ihn oder ihn wie so, mich gefragt, ob das gehen würde da hab ich zurückstellen, das soll ich euch noch einmal kurz sagen ja, dann bis zum ersten Ziel auf jeden Fall, ne? ja, ich muss jetzt, also wir haben jetzt hier im ersten Ziel schon warte, ich kann den, ich kann den so nicht schießen, ich muss wissen was ist denn? das nicht! das muss ich nicht! das muss ich nicht! das muss ich nicht! dann muss ich nicht! dann schießen wir den jetzt zusammen mit Bogen er ist geflüchtet, du volllieb! der Dicke auch, der, ah, der Dicke der Hirsch auch klaro der hier kommt hier ich höre, ich höre, ich höre hier noch irgendwas das ist der Hund hier kommt aber irgendwas anders markiert äh warte, wir gucken, wir warten äh, ich wills nicht das sind die Hunde das sind die Hunde welcher Köder? das ist meiner das ist meiner ah, Opfer äh ja egal das war jetzt gerne warte, hinten steht glaube ich hinten steht glaube ich noch was, warte hinten steht noch warte, ich jetzt willst du zum Schießen? wo? hinten, oder soll ich es schießen? soll ich schießen? boah, du kleiner Killstieler, alter wenn wirklich scheiße was hast du glaube ich hast du die gravierte 9 3? ey, weil ich hast die Bundeswehr markierung habe ich die Bundeswehr ne, ja, ja die Baum ja, wenn ich dann die Klasse sehe wenn ich dann die andere, wenn ich dann die andere weiß dann äh, denn das denn hier schwarb melde ich mich so ha neiiiin 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 gibt's das das? was hab ich getroffen? linke, lange äh, körper neiiiin 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 das sagt das meins alter meins nicht mehr gehen, ich nicht mehr den mein ja, äh, wenn wir dann schlichte TV melden wir uns ja, also eine wieder weitergegangen da vorne lag der Hirsch äh die Kuh, also die Hirschkuh neiiiin ja, zwei ich sehe drei ich sehe drei ich sehe drei eins hier links dann eins in der Mitte und eins rechts an einem Hügel da ja der wo links, wo links ich schieße ich schieße du schieße du schieße ich schieße ja, dann schieße ich das rechts 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 er kann sein sagen wir haben uns das auch ein als auch die Führer der Fall aus dem Ziel im Verlösen ja ich bin mir jetzt getroffen er ist aber ruhig getroffen so war man nicht so gut zu tun hat und ich habe es gut getroffen Sonst an V, dann können wir ihn auf dem Tor oben. Nice! Ich kann auf drei Meter diesen Hund... äh... Was kannst du auf drei Meter? Er hat es angekunden. Ja und wenn man jetzt, wie man es hört, weil... Johannes, wenn er dann das Stück gefunden hat, wählt er dann halt. So, wenn er es hier im Hintergrund hört. Und ich hab den... warte, da vorne steht eine Reh oder so. Ich guck mal eben. Ne, hier vorne steht mein Schwein. Boah, das liegt schon mal. Ja, ich hatte mein Liebenskopf immer irgendwie das Problem. Ich musste zurück zum Sester. Ja, auf jeden Fall. Wenn der Hund jetzt schon mal weiter sucht, der sucht einfach weiter. Und man kann einfach schon andere Spuren annehmen. Das ist eigentlich auch schon relativ praktisch. Aber hast du mich auch an ihn angeschossen? Äh, Körper hab ich geschossen. Also, so wie, so extra, dass man das halt sieht. Der hat halt fast ein ganzes Jahr den Kopf unten. Jetzt läuft er. Ja, da müsstest du meine Sau da rechts ein. Wo ist die Sau? Rechts. Da, bei dieser Rügel da. Warte, lebt die noch? Wenn die noch lebt, dann lass mich... Warte mal, warte mal. Wo ist die genau? Die liegt da rechts. Und in der Fall... So, wenn du jetzt weiter gerade ausgehst, jetzt... Die haben die damit auch neu gemacht, dass man den Hund ansprechen oder eine Option geben möchte, dass er dann so weiß ist, wie man jetzt sieht. Und jetzt fängt es auch noch an zu ruhig, ne? Bitte nicht. Hä, kein Plan, Bruder, die Sau ist. Warte, jetzt muss ich weiter, warte, 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 also wenn... Warte, ich muss mal gucken, wie du stehst. Ah, was ist denn jetzt? Ach, wenn ich nicht sehe, soll ich sehe. Was hat der jetzt schon aufklackiert? Mein Hund macht einfach gar... Oh, ne, vielleicht macht er wieder was. Ja, man merkt auch, wenn der Hund noch nicht auf so einem Level ist... Was hat er auch noch nicht? Ich lasse den Hund wieder drauf. Nicht so gut. Du hast nun die Herzen getroffen. Du wirst mich verarschen. Ja, ich hab mich auch schon gewundert. Hä? Und das ist gut, dass auch wieder, dass man, wenn man vorher schon den Hund hat... Jetzt komm, jetzt komm mal zu. Komm mal zu. Ich weiß das, Janis. Wüsst ihr ja, ey. Ähm, dass wenn man, also dass man die vom vorigen Hund, also von dem vorigen Hund, sieben man jetzt auch, also der kann die selben Sachen anziehen, zum Beispiel Halsband und Co. Kann er einfach selber anziehen. Ja, ich muss ja mal noch ein bisschen gucken, wo man Hund ist. Ja, ich sage, ihr habt nicht oft... Ich hab schon fast alles gesagt und... Und ich so geht's bei ihm mit dem Hund und ihn. So, nach, wenn ich... So, bin, meldete mich. Ach, 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 du, was weiß ich mal nicht mehr. So, ja, da vorne hab ich jetzt hier. Warte, ich schieße mir mal mal die Fassabendenbogen. Ja, mach doch. Ähm, soll jetzt haben wir jetzt die Sau wiedergefunden? Ja, ja, hier ist es. Ich hab' Körper getroffen aus 100... Und ich hab' über die Landwirte der Fassan. Nur 6 Meter neubig getroffen. Ja, ich hab' mit dem Hund auch kein Tier geschossen. Das ist auch das erste Mal, hab' ich mir alles aufbewahrt. Und ja, kann ich dir vorwürdig nicht. So, ja, von ich hab' jetzt die ersten Sau vor. Wenn man nicht die ersten, die werden jetzt mit dem Hund schießen. Bereit? Gleich. Jetzt. Drei. Zwo. Ein. Liegt. Da ist ein Dreh, da ist ein Dreh abgegangen. Warte, nicht schießen, nicht schießen. Lachen wir... Lachen wir es... Scheiße! Bist du tot? Mach's nicht auf! Scheiße! Boah, ich hab' mich erschrocken. Lebst du noch? Nein, ich bin... Alter! Jetzt war ich mir da drin. Ich wurde angegriffen. Lebt mein Hund noch? Ja. Alter, ich hab' mich erschrocken. Junge, ich zitterte... Ich auch! Ich hab' ihr gesagt, so, schön gedacht, ihr ist tot. Nichts in den wenigstens allmissfähig. Äh, keine Ahnung. Junge! Ich hör's nur so schnauzen! Hey, ich dachte, was kommt denn jetzt? Ich dachte, ja, das ist bestimmt irgendwie nur so ein Tonfieger oder so. Ich hab' auf Dauer einfach nicht die so anrennen, ne? Oh, ja, hier, 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 ich komm, ich muss nicht, seit ich mal nennen. Warte, du kurz auf mich? Höcher hinterher, Achtung! Ist tot? Ja, das kann man. Keine Ahnung, weiß nicht. Wenn ich eine geile Erfahrung melde, ich mich wieder. Was sollte Emily Bird spielen? Also, Emily Bird spielen, weißt du das? Weiß ich nicht. Mein Hund darfst einfach nur ein Meter. Nehm' ein Fasan. Ich hab' einfach mal auf den Bogen geschossen. Ich sammle ihn mal ein. Ja, dann unbedingt sehe ich das auch schon eine Ecke. Ja, das ist Tier, ja, Digga, ja. Ein Händeskoch. Nein, ja. Und wenn ich an das Resultierform melde, ich mich wieder. Bis dann. Ja, ich glaub' ich selber nicht richtig, ohne ob das ein Bug ist, aber... Ich kann's auch nicht annehmen. Aber hier kommt einfach mal eine Ente. Und jetzt schon wieder. Aber ich kann's auch nicht annehmen, wie es geht. Und ja, Johannes ist durchgängig über den Sauen schießen. Eine 1.300 Meter. Aber er hat meine Sauge recht. Und jetzt ein Schlimm-Wurzel-Wurzel-Wurzel abgeknallt. Ja, wenn ihr das erklärt, wenn ihr mir das erklären könnt, was er endet. Ja, dann schreibt ihr mir das gerne meine Kommentare. Ey, dann geht's jetzt hier vor, und dann melden, und dann... und... und wieder. So, wenn wir jetzt hier einen Hirsch vor... Den Johannes gerade schon angeschossen hat! Und er liebt. Ja, andersrum wollte ich schießen. Jürgen, du wirst jetzt schon blieben, Tier, und ich hab... Eier, äh, vier, äh, drei! Weil ich angegriffen wurde, weil ich mit der Scheiße sauf... Ich hab' mich gemobbt, ey! Ja, ich hab'... Das ist nicht mein Problem, Jonas. Das ist echt nicht mein Problem, ja? Wenn ich denn an einer Saug... Äh, an einer Saug... An... ähm, Rosisch gemeld' ich mich. Saug'n jetzt hier am Rotisch. Mann, ey! Hör mal ein Foto für Johannes! Das mach' ich nicht, bloß nicht. Moin! So fies bin ich nicht. Bis gleich. So, davon hab' ich jetzt einen Refa. Als wenn! Ach so, ich dachte schon. Lass mich bitte den Fassaden anschießen, okay? Bitte. Nein, das ist ein bisschen abgestaut! Dann bin ich schon der Rotisch und ne Tausender Keiler-Aktionssaug. Obwohl ich ihm nicht mal beiwarten. Eifersfall an die Bundesmöhe. Wenn ich dann am Rehbe melde mich. Wie ich jetzt am Rehbe melde mich. Wie ich jetzt am Rehbe melde mich. Ja. Wie immer, wie immer erwartet, ein Nuller-Score. Weiß man nicht, zwar. Ja! Ich denke, das ist eine Wildformel-Meldung. Ja, hier haben wir wieder was Gutes gemacht, Santa. Das sieht richtig geil aus, wie die Schwimmen, so wie in WeLive. Also der hintere, das ist meiner. Und hier ist grad ein verpackter Rehkorl, ne? Männlich sogar! Oh. Hinten. Da hatte ich einen spätten Punkt. Oh, das war ungefähr so. Oh, bis heute Nacht. Nicht der Hauser. Da so. Ja, ich finde das nicht so tief. Bis dann. Wir treffen einfach beide nicht. Ich wollte gerade einmal nur was zu essen wollen. Auf einmal ballert der Juni. Jodos! Jodos! Die sind schon wieder raus, wir haben ihn wieder gefunden. Und, ja, was kann man noch zu sagen? Wenn das Video der Jagdmann gefällt, dann kommt es bei ihm auch wahrscheinlich auf. Und tschau, bis zum nächsten Mal!